hallo und herzlich willkommen liebe leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute unser gast ist der abdul der möchte uns heute sein zweifache fluchtgeschichte mitteilen ausführlich erzählen wie er das alles gemacht hat einmal nach bulgarien und danach von da aus wieder nach deutschland weil sein ursprüngliches ziel deutschland war aber wie dazu kam und wie alles geschah erfahrt ihr in dieser folge lasst uns starten deutsch-arabisch ist ein podcast für jeden der deutschland-arabisch mag arabie-almani podcast lakil-schachas behebillog al-arabie wil almanie unser heutiger gast ist ein 194 cm groß also ich sitze hier vor ihm und ich sehe so aus als weiß ich nicht wäre ich 100 cm nur nur ein meter groß der hat eine sehr interessante geschichte mitgebracht und diese geschichte möchte er uns mitteilen und ich weiß das wirklich zu schätzen vielen dank dafür und ich würde sagen ohne groß jetzt um den heißen brei herum zu labern abdul herzlich willkommen schön dass du hier bist dankeschön vielen dank für die einladung danke sehr also mein name ist abdul so werde ich von den deutschen gerufen und von den syrern abderrahman ich bin hier in deutschland seit knapp fünf jahren und mache gerade meine ausbildung bei der siemens ag zum elektroniker für automatisierungstechnik am ende dieses jahres bin ich damit fertig und dann kann ich sozusagen wie ein ganz vollwertiger mensch leben du bist trotzdem vollwertiger mensch also abgesehen davon ja das war so ironisch betrachtet von der seite wo man guckt ja azubi kennst du bestimmt ja klar ja schön dass du hier bist und im vorgespräch haben wir ein bisschen darüber geplaudert was du für eine krasse geschichte würde ich mal meinen hast und ich finde es echt stark von dir dass du diese geschichte auch uns mitteilt und dass du uns davon erzählen möchtest und uns sozusagen diese Eindrücke auch gewähnen gewinnen lassen möchtest wo hat die geschichte angefangen erzähl mal also die geschichte hat damals in damaskus so mit angefangen dass ich auf dem rückweg vom fitnessstudio war und da wurde ich erwischt von gruppierungen die sich der regierung angeschlossen haben und für sie auch gekämpft haben in damaskus und die haben mich dann zu einem stadtteil gebracht wo sie mit anderen gekämpft haben und da sollte ich denen bei mehreren sachen helfen und die haben mich quasi sozusagen den halben tag aufgehalten und als ich dann zurück nach hause kam habe ich mit meinem vater darüber gesprochen ob ich lieber das land verlassen soll und das war aber noch nicht so der grund warum ich jetzt syrien verlassen habe mehrere wochen später habe ich dann mit mehreren freunden darüber gesprochen dass einige von denen obwohl sie an der uni studiert haben mit mir dennoch also zur armee gezogen worden sind obwohl man als student in damaskus oder in syrien überhaupt nicht zur armee muss solange man studiert also diese ausnahmeregelung wurde dann gebrochen und in 2014 war der krieg eigentlich fast in den jahren wo er am stärksten unterwegs war und ich wollte eigentlich also vor dem tod habe ich keine angst gehabt es ging mir nur darum dass ich nicht in eine situation gebracht werden soll in der ich dann die entscheidung treffen muss soll ich jemanden umbringen oder soll ich mich umbringen lassen und alleine diese situation gebracht zu werden das wollte ich nicht also ich wollte das gar nicht und ich wollte es einfach vermeiden und was hast du zu dieser zeitpunkt dann auch studiert ich habe also mein abitur gemacht und habe danach psychologie studiert also ich habe zwei semester gemacht insgesamt genau und danach habe ich dann mit meinem vater zusammen und meine mutter der entscheidung getroffen dass ich syrien verlasse es kamen schweden und deutschland in frage wir haben aber nicht sehr lange darüber nachgedacht weil wir mehrere verfahren verwandtschaften hier in deutschland haben ist die entscheidung auf deutschland gefallen und mein vater hat dann quasi das geld besorgt dadurch dass er und meine mutter zahnärzte sind waren wir finanziell in syrien sehr gut aufgestellt und es hat uns nicht so schwer gefallen jetzt das geld zu besorgen und ich habe dann ungefähr so mitte 2014 syrien verlassen habe mich auf den weg nach istanbul gemacht über den libanon und habe dann ungefähr sechs tage in istanbul verbracht das war alles mit der rücksprache mit dem schmuggler der für mich einen schwedischen pass besorgt hat den ich bezahlen musste du bist von syrien aus von damaskus nach libanon gefahren und dann von da aus wie bist du dann in türkei geflogen oder gefahren oder wie bist du dann dahin quasi ja wie bist du da gelandet also ich bin mit dem auto von damaskus nach beirut gefahren worden und dann bin ich ganz normal mit dem flugzeug nach istanbul geflogen also das war zu dem zeitpunkt noch möglich dass ein sura ein sura halt erstmal ohne probleme in den libanon reinkommt und auch ohne visum in die türkei kann genau und nachdem mir der was ausgehändigt worden ist hat mir der schmuggler dann empfohlen dass ich mit dem bus nach rumänien fahre und hat mir auch das ticket besorgt und dann bin ich mit dem bus und alleine da nur da wirklich nur da habe ich erfahren dass überhaupt das land bulgarien auf meinem weg liegt also ich habe bis dahin von dem land bulgarien gar nichts gehört und gewusst was gleich das größte theaterstück sein wird also das bedeutet dass du quasi gar nicht von dem land gewusst hast meinst du oder dass du gar nicht wusste dass auf deine strecke nach deutschland bulgarien drankommt wie meinst du das genau also ich wusste grob dass es dieses land gibt aber das ist überhaupt auf meinem weg ist und überhaupt in europa ist das wusste ich gar nicht dass man hätte mir sagen können dass es in afrika ist da hätte ich gesagt kann sein genau und dann bin ich halt mit dem bus nach rumänien eigentlich auf dem weg gewesen nur zum verständnis war das so dass du mit dem bus dann von von türkei nach deutschland dann fährst oder wie war das dann war wie war wie war der plan wie der ursprüngliche plan von dem schmuggler wenn es im besten fall funktionieren soll also der plan war dass ich erstmal nach rumänien fahre da ankomme dann weiter mit dem bus nach ungarn fahre und dann fahrt organ aus dann mit dem zug nach deutschland so war der plan eigentlich aber wir wollten den erstmal schritt für schritt machen und haben wir dann haben wir nur das ticket für rumänien besorgt genau und an der grenze zwischen der türkei und bulgarien haben mich die türken eigentlich schon also die wussten dass mir dieser pass nicht gehört das wussten sie das konnte ich an deren gesicht ansehen sehen und dennoch haben sie mich einfach weiter fahren lassen vielleicht wollten sie einen syrer weniger haben genau und ganz genau also dann haben die bulgaren mich gesehen und dann haben sie also das problem bei dem pass war dass der vorbesitzer das foto von seinem 13 lebensjahr hatte also der war gerade mal eben 18 und wir haben wie man aussieht wenn man 13 ist und dann ist man jetzt 18 das ist relativ sehr grob also man sieht nicht gleich aus meinst du dann dass du einen pass bekommen hast von jemanden anderen der quasi seinen pass abgegeben hat und du hattest so eine ähnlichkeit mit diesem typen und damit wolltet ihr quasi eure ziel und abziehungsweise euren plan durchziehen ganz genau so war das auch also der war 18 ich war 19 von daher war das alter nicht so unterschiedlich und wir hatten eigentlich darauf gesetzt dadurch dass man mit 13 das den pass gemacht hat und das bild davon drauf hat haben wir einfach darauf gesetzt dass sie mich eigentlich nicht nicht wieder erkennen das war schon schon ganz knapp an der grenze oder also wenn ich jetzt gewusst hätte wie die kontrolleure an der grenze mich angucken würden dann hätte ich gesagt das würde gar nicht gehen weil die merkmale an dem gesicht die ändern sich im laufe des alters eigentlich kaum es gibt bestimmte merkmale die die bleiben einfach also man kann die nicht verhindern wie die nase ist die augen und so etc die ändern sich eigentlich im laufe des alters nicht so rasant und von daher war das eigentlich wie du gesagt hast dass es eine wette war also der kennt sich damit aus viel besser als ich aber der hat mir halt was versprochen dass es klappen wird ja gut auf der türkischen seite hat es irgendwie geklappt aber auf der bulgarischen seite sah es ganz anders aus was hast du dazu erzählen also die bulgaren waren eigentlich sehr nett am anfang und die haben mich gefragt ob ich einen führerschein habe oder irgendwas anderes wovon halt von mir ein aktuelleres bild drauf ist und dann habe ich gesagt nein habe ich nicht und dann haben sie mich weiter und weiter geschickt und je weiter ich geschickt worden bin umso schwieriger wurde es und die haben bei einem bestimmten moment ist gar nicht mehr hinterfragt also die haben auch mir gesagt ich soll zum beispiel meinen namen schreiben und da unterschreiben und meine adresse und etc und das habe ich auch alles eigentlich auswendig gelernt und damit ich wirklich dieser mensch sozusagen bin und das ding ist die haben die wollten die die wussten eigentlich dass ich das nicht bin aber am ende haben sie mir irgendein formular ausgedrückt und in die hand gedrückt und ich wusste noch nicht mal wie die schwedische sprache aussieht also die haben mir quasi fragen auf schwedisch gestellt und ich wusste ich habe ihn gefragt was für eine sprache ist das der sagte mir das ist schwedisch und dann habe ich aufgegeben und dann also ich habe damit aufgegeben mir einzubilden oder mich einzureden das ist dass ich jetzt wirklich weiterkommen kann aber ich habe nicht gesagt dass ich jetzt nicht derjenige bin der den pass hatte also das bedeutet du wolltest auch erst mal gar nicht aufgeben und sagen ok leute wisst ihr was ich bin nicht derjenige sorry schickt mich wieder in die türkei sondern du hast so darum gekämpft und du hast versucht trotzdem du hast versucht trotzdem immer zu sagen nee das bin ich und was wollt ihr von mir eigentlich und lass mich einfach weiterfahren und so weiter war das so immer hin und her am anfang schon aber nachdem mir das gezeigt worden ist habe ich einfach nicht mehr geredet oder wenn sie mehr gesagt haben wer bist du dann habe ich einfach nur den namen einfach wiederholt und die haben mir gesagt ja ja das bist du aber wer bist du und dann habe ich einfach wieder den namen wiederholt und irgendwann habe ich aufgegeben also ich habe dann nicht mehr auf deren fragen geantwortet und irgendwann kam irgend ein mann zu mir mit dem formular und hat mir gesagt ich soll irgendwo unterschreiben und dann habe ich einfach unterschrieben ohne zu wissen was das war und anhand dieses unterschrift dürften sie mich dann festhalten also ich habe mich übergeben sozusagen aber ich wusste nicht was das ist ok also die haben schon eine psychiatrix da auf dich gewendet sozusagen und dann aber wie unterschreibst du einfach so das war bulgarisch und ich habe ihn auch nicht verstanden also der hat mir irgendetwas erzählt von wegen ich soll da unterschreiben wenn ich jetzt derjenige bin der auf dem pass war dann sollte ich da unterschreiben das habe ich auch gemacht und ein paar stunden später hat mich dann eine polizeiwache abgeholt und dann hat mich aber noch an der grenze bei sich gehalten und da durfte ich bei denen eine nacht verbringen und in dieser nacht habe ich sehr lange darüber nachgedacht was das für einen sinn macht also die haben nicht festgehalten die haben den pass einfach die haben den pass jetzt die haben mir den weg genommen und ich habe dann darüber nachgedacht dass ich dann in die türkei zurückkehre wie du gesagt hast und am nächsten tag gab es dann eine übersetzerin die kam aus dem libanon und ihr habe ich einfach alles erzählt genau und dann habe ich an also eigentlich habe ich dieser frau alles erzählt was sie wissen wollte woher ich kam wieso ich dahin kam was ich in syrien gehabt habe et cetera und dann kam wir am ende zu der frage ob ich einen asylantrag in bulgarien stellen will die frage habe ich mit nein beantwortet und da hat sie mich gefragt ja wieso da habe ich ihr gesagt ja ich will nach deutschland und ich will nicht meine finger abdrücke irgendwo hinterlassen damit ich damit später mein asylantrag nicht abgelernt wird oder dass ich dann abgeschoben werde sie hat mir gesagt ja nein macht ihr keine sorgen deutschland schiebt keine leute nach bulgarien zurück und dann habe ich ihr gesagt ja trotzdem ich will dieses risiko nicht eingehen und dann habe ich ihr gesagt ja ich will in die türkei zurück und dann sagte sie zu mir haben an sich ist das nicht so schwer dich in die türkei zurückzuschicken aber dadurch dass du jetzt keinen syrischen pass dabei hast können wir den türken nichts sagen pass auf her den haben wir erwischt nimmt den zurück die türken werden sagen nee der kam nicht von hier aus nicht wir wissen nicht wer das ist und aber den syrischen pass jetzt an die grenze wieder zu bekommen war sehr unmöglich eigentlich also ich könnte jetzt keinen von der türkei nach bulgarien kommen lassen der mir den pass gibt und dann habe ich gefragt ja was macht ihr denn wenn ich jetzt kein asylantrag stelle und dann haben sie mir gesagt wenn du das nicht machst dann wirst du vor gericht gezogen und dann wirst du verurteilt weil du das land illegal betreten hast und mit verfälschten dokumenten und damit käme ich dann von acht monaten bis zu einem jahr ins gefängnis und dann habe ich gesagt wo ist eigentlich der asylantrag den habe ich nicht gesehen ja und dann habe ich den unterschrieben ganz glücklich weil ich allein an dem tag das nicht mehr aushalten konnte und dann mir zu sagen ja dann bleibst du acht monate und dann in einem richtigen gefängnis also darauf darauf habe ich gar keine lust das stelle ich mir echt verdammt schwer vor ich meine da bleibt einem glaube ich nichts mehr übrig außer irgendwie das beste aus der situation zu machen und irgendwie mit ja mit wenig verluste draus zu kommen nur was ist dann deinem ziel nach deutschland zu kommen das ist jetzt alles irgendwie floten gegangen oder also bis zu diesem moment wusste ich auch von vielen freunden dass deutschland eigentlich so gut wie das einzige land welches damit kein also nicht so riesen probleme macht wie schweden zum beispiel also in schweden werden man direkt abgeschoben sobald man festgestellt hat dass man in einem anderen europäischen land ein asylantrag gestellt hat aber in deutschland haben es viele hinbekommen also zu bekommen ohne dass sie abgeschoben worden sind obwohl sie in anderen oder beziehungsweise über ein drittes sicheres land nach deutschland gekommen sind also ich wusste dass es gehen kann also dass ich nicht nach nach bulgarien zurück abgeschoben werde aber es war riskant ich wollte das risiko gar nicht eingehen und nachdem ich aber dann am ende den asylantrag gestellt habe haben sie mich in ein anderes gefängnis geschickt und da waren aber die anderen asylanten die da auf ein gespräch gewartet haben okay also war das wirklich ein knast oder war das so ein so ein weil sie nicht so eine flüchtlingsunterkunft oder oder was was ich also dich wirklich wie wie in ein knast gefüllt oder war das nur einfach eine flüchtlingsheim also soweit ich das erfahren habe war das angeblich ein geschlossenes heim für flüchtlinge aber in der realität war das einfach ein gefängnis nichts anderes als ein gefängnis alleine wie man da rein kommt und wie das so aussieht als würde da stalin gelebt haben also man es gab nur ein flur es gab eine toilette und fünf zellen und in jeder zelle haben ungefähr zehn personen dann übernachtet man könnte auch dreimal essen gehen und das essen war eigentlich kaum genießbar also es war schrott bis zum geht nicht und das war in einer geschlossenen halle sozusagen und nicht offen so dass über die ja quasi ein himmel ist das gab es nicht wir haben den himmel nur durchs fenster gesehen und es gab nichts wo man rausgehen konnte also man kam aus dieser etage aus diesem flur gar nicht weg also man konnte sich nur einen spaziergang im flur gönnen aber mehr nicht und die meisten syrer die da waren die haben also es gab also nicht nur syrer sondern alles alle andere die erwischt worden sind und einen asylantrag gestellt haben aber im prinzip waren die meisten syrer da und was mich auch gewundert hat die meisten von denen waren kurden also es waren keine araber und was ist dann danach passiert am ende des siebten tages meine ich haben sie mit mir ein gespräch geführt wo sie mich dann wieder die gleichen fragen gestellt haben wer bin ich woher ich komme wie ich nach bulgarien gekommen bin jetzt aber es gab nur halt eine frage die mich gewundert hat dass sie die gestellt haben ich stelle es dir mal vor die haben mich gefragt wie die westlichen länder den krieg in syrien lösen können also ich sollte denen vorschlagen wie sie da vorzugehen haben oder wie sie da vorgehen können und ich habe denen einfach gesagt der zug ist abgefahren es ist vorbei ja und dann haben sie mich in ein anderes heim geschickt und dann war wieder das leben halbwegs normal also man könnte rein und raus gehen das war am rand eines dorfes und das war auch viel viel besser als für mich und in meinen augen das gefängnis und nicht das geschlossene halb und da hast du dann quasi die genehmigung von deinem von deinem asylantrag bekommen also nach ungefähr elf tagen haben sie mich wieder zu einem gespräch eingeladen wo sie feststellen wollten wieso ich asyl beantrage und dann habe ich ihnen das erklärt und demnach haben sie dann ungefähr einen monat danach entschieden dass ich kein asyl bekommen soll sondern nur subsidiären schutz also ich habe es mir nicht ausgedacht das ist leider auch ein deutsches wort was heißt leider also das bedeutet nur dass man kein recht auf asyl hat sondern man hat das recht in deutschland oder in einem anderen land zu leben solange die homänischen quasi die homänen umstände in seinem eigenen land so schlimm sind dass er nicht wiederkehren kann also es geht darum dass man kein recht auf asyl hat aber gleichzeitig kannst du gefährdet das leben von dem menschen wenn du den abschiebst okay und dann ich nehme mal an du hast dann irgendwann diesen subsidierung schutz bekommen wie lange hat das ganze gedauert also die ganze geschichte in bulgarien wie lange hat es gedauert und hattest du dann danach auch in kontakt mit deinem schmuggler hast du ihm geld gegeben hat er dich sozusagen verarscht oder so auf gut deutsch also fakt ist der hat mich verarscht und belogen also im prinzip hat er das geld einfach genommen ohne in eine gegenleistung zu erbringen und er hat mich aber allerdings die ganze zeit versprochen dass er mich in bulgarien abholen wird und mich dann weiter bringen wird und mal hat er mir erzählt dass ich an irgendeinem tag mit irgendeinem lkw fahren kann der nach deutschland fährt und dass ich gar nicht auf den auf den bescheid oder auf auf die aufenthaltserlaubnis warten soll ich habe dann ungefähr zweieinhalb monate in dem heim gewohnt bis ich die aufenthaltserlaubnis bekommen habe allerdings hat es sehr lange gedauert bis die ausländerbehörde da in der nachbarstadt den pass und den aufenthaltstitel ausgestellt hat also es gab irgendwelche ferien und direkt danach gab es die wahl da und dadurch hatten sie zu und wir mussten auch relativ lange warten also wir haben sehr lange gewartet allerdings muss ich noch eine sache sagen es gibt ein riesen unterschied für denjenigen der in bulgarien asyl bekommt oder den subsidiären schutz diejenigen die asyl bekommen die dürfen ohne probleme ausreisen die dürfen bulgarien verlassen und sich in der europäischen union so viel bewegen wie sie wollen aber diejenigen die den subsidiären schutz bekommen die müssen ganz normal ein visum beantragen und dann kamst du zu dem punkt wo du gesagt hast okay das reicht jetzt hier ich habe keinen bock mehr auf den ne und wolltest du nach deutschland was tatsächlich dein ursprüngliches ziel war wie bist du vorgegangen also ich habe mich schlau gemacht also ich habe sehr viele leute gefragt wie kann man das umgehen und einige haben mir empfohlen dass ich dann mit diesem pass in die türkei zurückkehre also nicht mit dem syrischen weil bis dahin konnte ich auch rein theoretisch mit dem syrischen zurückkehren übrigens habe ich den per post schicken lassen und ich habe den syrischen pass in bulgarien auch wieder gehabt allerdings nicht mehr also nicht zum richtigen zeitpunkt also viel später und im prinzip wollte ich dann ein visum ein türkisches visum haben auf diesem pass und dann in die türkei zurückkehren und von da aus nach griechenland und somit bin ich dann in den ländern wo die grenzkontrolle eigentlich kaum vorhanden war oder ist und dann hätte man also hätte ich dann von griechenland aus nach deutschland fliegen können oder in ein anderes europäisches land so war der plan so habe ich auch das gemacht also ich habe das visum mit einem freund der auch den subsidiären schutz bekommen hat beantragt und in dem konsulat haben sie mir gesagt ja ich muss zwei wochen auf auf die entscheidung warten ob sie das genehmigen oder nicht und ich habe aber zwischen also nachdem ich dann das heim verlassen habe also auf dem moment wo man die aufenthaltserlaubnis in bulgarien bekommt muss man das heim verlassen dann bin ich mit ein paar freunden in eine wohnung gezogen eingezogen wo wo aber die hatten asyl bekommen und die konnten viel früher dann weg also sie haben nicht auf ein visum gewartet oder auf irgendwas anderes sie haben nur auf die pässe gewartet und dann sind die weggefahren also nach deutschland sind die gekommen genau also nachdem die nachdem meine freunde nach deutschland gefahren sind habe ich dann die wohnung mit anderen geteilt zusammengeteilt und habe einfach nur darauf gewartet dass die türkei dann entscheidet ob ich das visum bekommen oder nicht und somit habe ich auch die wohnung gekündigt also zum zeitpunkt wo ich dann angeblich die entscheidung bekommen also ob ich das visum bekommen oder nicht zu dem zeitpunkt habe ich dann mein leben so gerichtet so ein also ich habe mich so darauf eingestellt geben sie mir das visum gericht in die türkei mit dem bulgarischen pass geben sie mir das visum nicht käre ich trotzdem in die türkei aber mit dem syrischen pass und dann lebe ich einfach in der türkei und ich habe auch ich habe eigentlich zu dem zeitpunkt so gut wie aufgegeben nach deutschland zu kommen weil das einfach auch finanziell gar nicht mehr machbar war für mich und für meine eltern auch und als ich dann im konsulat war also ich war dann auf der straße ich hatte gar nichts mehr ich habe nur meine tasche gehabt und meine sachen und ich bin dann nach sofia gefahren mit diesem freund und dann haben sie haben wir da die antwort bekommen ja wir müssen noch warten also noch eine woche aber ich habe ja keine wohnung mehr gehabt ich wollte auch nicht mal warten und dann habe ich gesagt ja ok ja dann kehre ich in die türkei dann sagt er mein freund versuche es doch über griechenland also versucht da einfach mit dem zug dahin zu fahren die meisten haben immer mit dem auto mit dem auto versucht da reinzukommen was denen aber nicht gelungen ist und dann habe ich gefragt ja wie viel wird das kosten und was mache ich dann wenn ich an der griechischen grenze ja nicht weiterkomme ich habe es einfach zusammengerechnet es wären ungefähr 40 euro gewesen also dieser versuch und dann habe ich mit meinem vater telefoniert und dann hat er mir gesagt ja versuche es also wenn das nur 50 euro dann versuche es vielleicht kommt so kommst du dadurch und tatsächlich haben sie mich dann durchgelassen also nach einem sehr langen gespräch mit dem griechischen polizisten hättest du nicht rein rein dürfen oder wie nein auf keinen fall also ich hätte eigentlich ein visum gebraucht also mit meinem aufenthalts titel darf ich mich nicht außerhalb bulgarien befinden aber irgendwie war das in bulgarien zumindest sehr unbekannt also man wusste gar nicht was das für ein pass ist und selbst die bulgarischen polizisten wussten damit kaum was anzufangen außer in den flughäfen und an der rumänischen grenze die wussten ganz genau was das ist und dass man damit auch nicht weiterkommen kann sondern also halt nur mit dem anderen den mann nur dann bekommt wenn man also bekommen hat und der griechische polizist der hat eigentlich die entscheidung getroffen nicht der bulgarische dem bulgarischen was egal und ich musste dann mit dem ich musste den eigentlich überzeugen also der hat mich zum beispiel gefragt wo willst du denn hin und ich habe nach die salunik das ticket gebucht da habe ich ihm gesagt ja nach die salunik dann sagte er erzähl mir was anderes sagen wir nach deutschland nach dänemark nach schweden aber dass du als syrer nach die salunik kannst du mir nicht erzählen dann habe ich ihm gesagt ja wieso will ich soll ich dann dahin also ich habe dann den spieß umgedreht von wegen ja ich weiß doch selber dass ich da kein recht auf asyl habe und ich habe jetzt also bekommen warum soll ich dann nach deutschland was soll ich da machen dann sagte er zu mir ja weil du in bulgarien kein geld hast und dann habe ich ihm gesagt ja wozu brauche ich geld ich habe genug geld da sagte er zu mir ja du bist noch irgendwo willst du denn das geld haben gesagt ja meine eltern finanzieren mich dann sagte er zu mir was machst du denn in bulgarien dann habe ich ihm gesagt ja ich warte darauf dass ich einen bulgarischen kurs besuche und dass ich da an der uni studiere dann sagte er zu mir gib mir das irgendein dokument was beweist dass du in bulgarien studieren willst nicht eingeschrieben bist oder so und dann lasse ich dich durch da habe ich ihm gesagt ja ich habe gerade eben also ich habe noch vor drei monaten die dokumente bekommen ich habe noch nichts gemacht ich bin ich habe das nicht dann fragte er mich ja was was willst du denn in tessalonik machen dann habe ich ihm gesagt ja ich will einen freund besuchen dann sagte er zu mir ja wo wohnt ihr denn ich habe gesagt keine ahnung ich weiß nur wie ich mit ihm kommunizieren kann und er holt mich einfach am Bahnhof ab irgendwann hat er mich so ganz komisch angeguckt und sagte okay du kannst rein und ich habe es einfach nicht geglaubt weil er mir bis dahin den pass nicht gegeben hat dann habe ich gedacht okay das war ironie und dann habe ich ihn gefragt ob ich meine sachen vom zug holen sollen dann sagt er zu mir nee du gehst da in die kamine rein wo du gesessen hast dann habe ich das gemacht und fünf minuten später hat mir der bulgarische polizist den pass gegeben somit bin ich in griechenland reingekommen und in griechenland habe ich mich nicht sehr lange aufgehalten also ich war dann in tessalonik nur eine nacht dann bin ich nach atien gefahren und von da aus bin ich nach belgien geflogen weil es viel billiger war als direkt nach deutschland zu fliegen irgendwie war das so und das war der aber das war auch mit dem bürgarischen dokument richtig genau ganz genau also also legal so in anführungsstrichen und nicht illegal also mit legalen dokument was eigentlich außerhalb bürgarien illegal damit zu fliegen ist richtig ganz genau also dass der unterschied ist dass dokument ist nicht verfälscht das ist ein originales dokument und ein europäisches auch und selbst wäre ich jetzt ein polizist in irgendeinem europäischen land und mir zeigt irgendein mensch einen europäischen pass dann würde ich nicht auf die idee kommen dass er mit diesem pass ein visum braucht um sich irgendwo zu befinden und als mich aber die grenzkontrolleure in atien gesehen haben die habe ich direkt aussortiert von wegen kommt du bist einer von denen stelle ich dahin dann habe ich das nicht verstanden weil sie meinen pass beibehalten haben und dann haben sie mich gefragt hast du denn andere dokumente dann habe ich den den aufenthaltszettel gezeigt und und das hat quasi auch deine position untermauert oder richtig genau also ich habe dann zwei dokumente die nicht verfälscht waren und die waren eher darauf fokussiert dass keine verfälschten dokumente denen gezeigt werden ich meine die haben glaube ich auf deren bauchgefühl so gehört und gesagt okay das ist einer von denen die mit dem gefälschten pass oder was auch immer nach deutschland oder sonst was fliegen möchte den schnamen wir uns das war so glaube ich ganz richtig ganz genau also die haben mich direkt aussortiert und zu anderen geschickt anderen syrern auch die glücklicherweise da erwischt worden sind man könnte das direkt sehen und also das war dann die erste kontrolle und dann das damit war ich ganz schnell durch also das hat nicht sehr lange gedauert die haben mich noch gefragt wo wohne ich und dann habe ich die in die stadt genannt und das war's und die nächsten kontrolleure die waren oder viel aufwändiger also die haben mich dann fragen auf bulgarisch gestellt die wollten wirklich wissen dass ich mal in bulgarien war und das konnte ich auch ganz schnell beantworten also dadurch dass ich da mehr oder so ungefähr fünf monate gelebt habe wusste ich wie man sagt guten tag oder wie geht's dir wie heißt du also die kleinsten sachen die konnte ich schon und dann bin ich in den flieger eingestiegen und dann in brüssel gelandet in brüssel hat auch eine sehr 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 strenge kontrolle stattgefunden aber trotzdem bin ich da durchgekommen und dann bin ich mit dem bus nach deutschland gefahren also konkret nach berlin und das ding war meine eltern wussten nichts von mir ab dem moment wo ich die stadt atien verlassen habe also die wussten noch nicht mal ob ich in den flieger eingestiegen bin oder nicht die wussten nicht also ich habe ungefähr einen kompletten tag eigentlich in brüssel verbracht weil der das flugzeug kam ungefähr um zehn uhr an und der bus ist um 23 wo losgefahren also es hieß es dann quasi bei den eltern hand auf herz und wir wissen gar nicht wo unsere sohn ist ganz genau ja genau also die wussten auch meine cousine die mich auf mich in berlin gewartet hat die wusste auch nicht dass ich jetzt unterwegs bin sie wusste nur dass ich keine keinen kontakt mehr zu meinen eltern also kein empfang kein internet nichts du bist einfach außerhalb des netz außerhalb der des empfangs null genau genau also unterwegs habe ich auch keine möglichkeit gehabt mit dem irgendwie zu kommunizieren und die fahrt hat ungefähr auch elf stunden gedauert also meine eltern haben ungefähr von mir zwei tage nichts gewusst leider gottes ist dann die negative seite hat damit nicht beendet und da hat weiter noch andere hindernisse und probleme in abduls weg immer wieder sich gezeigt und das war nicht leicht auch in deutschland zu leben denn dieser flucht von bulgarien hat dich tatsächlich da dabei auch weiterhin begleitet und wie war das dann in deutschland du bist ja dann schon damit nach deutschland gekommen erzähl mal bitte so als du in deutschland dann kommen bist also ich war ja bei meiner cousine in berlin und ich wusste schon dass mein asylantrag eigentlich gefährdet ist dadurch dass ich in bulgarien sogar die aufenthaltserlaubnis bekommen habe und dann sind wir zusammen zu einer rechtsanwältin gegangen um sie zu fragen wie man da vorgehen soll und halt was man im voraus berücksichtigen muss um es zu vermeiden abgeschoben zu werden und sie hat mir gesagt du kannst nichts vermeiden du kannst nur eine sache machen dass du sie anlöst bei der anhörung und sagst du warst nicht in bulgarien du warst nirgendwo du bist einfach nach deutschland gekommen du weißt auch nicht wie du oder über welche länder du hier hingekommen bist dennoch war ich auch darauf eingestellt dass es so ist dass ich abgeschoben werde weil es zu vermeiden ist in meinem fall sehr sehr schwierig also es geht nicht nur darum dass meine fingerabdrücke irgendwo sind und dass ich irgendwo einen asylantrag gestellt habe in meinem fall ist das sogar so dass ich quasi ungefähr asyl bekommen habe es wurde über meinen asylantrag entschieden ich habe ja den subsidiären schutz bekommen in bulgarien und deshalb war es eigentlich nur ein risiko den asylantrag zu stellen aber es ging ja nicht anders deshalb habe ich jetzt ja ich war ja auch in deutschland also ich würde es doch versuchen ich würde jetzt nicht da aufgeben und sagen nee es ist doch gefährlich und das wird auch nichts also ich habe es auch gemacht mit dem hintergedanken ich stelle den asylantrag erstmal und ich fange direkt damit an deutsch zu lernen und wenn es sehr lange dauert bis sie mich abschieben habe ich dann das niveau c1 welches ich dafür brauche um mich dann an der uni schreiben zu lassen und würde ich das dann schaffen dann könnte ich auch legal wieder nach deutschland kehren wenn sie mich doch abschieben oder die lassen mich hier als student also du hattest ja quasi dann nicht nur plan eins und zwei sondern plan zehn so dass du irgendwie immer noch in deutschland bleiben kannst egal wie ich finde dass deine sprachkenntnisse beziehungsweise dass dein vorhaben was du vor fünf jahren fast dir vorgenommen hast super gelungen ist und ich möchte gerne von dir dann wissen es ging ja immer hin und her und das ist jahrelang jetzt und nach fünf jahren was hat abdul in deutschland erreicht jetzt ein bisschen mal positives bitte ja gerne 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 kein problem also ganz kurz und knapp mein asylantrag wurde nach ein paar monaten abgelehnt und ich war dann sozusagen auf der liste derjenigen die abgeschoben werden sollen aber positiv jetzt durch die flüchtlingswelle in 2015 hat der spampf es einfach verpeilt mich darum zu kümmern mich abzuschieben sich darum zu kümmern mich abzuschieben und dadurch hat das gericht dann irgendwann mal darüber entschieden dass ich abschiebe verbot bekomme also nach zwei jahren wusste ich okay zwar habe ich jetzt kein asyl bekommen aber ich habe sozusagen die gleichen rechte wie diejenigen die auch so bekommen haben also abgesehen davon dass ich keine familie die ich hier zusammenführen kann also das ist das einzige was was dann anders war für mich und allerdings bis zu diesem zeitpunkt habe ich mich einfach nur damit beschäftigt deutsch zu lernen also ich habe mich auch direkt wo ich noch in dem zweiten heim war also ich war ungefähr zwei wochen hier in deutschland eine woche davor habe ich den asylantrag gestellt und dann habe ich direkt damit angefangen danach zu suchen wo ich einen deutschkurs besuchen kann also ich war ende 2014 hier und mein erster tag in einem deutschkurs war am 16.03.2015 das war der nächste kurs den ich besuchen konnte und ab dem moment habe ich dann nur deutsch gelernt und habe dann nach einem jahr das niveau b2 erreicht und vier monate danach habe ich auch c1 gehabt und konnte eigentlich damit anfangen an der uni zu studieren aber dadurch dass ich ein fachabi habe mit dem ich nicht alles studieren kann konnte ich mir halt die bereiche nicht mehr aussuchen die ich gerne studieren will und dann habe ich mich dafür entschieden einen ausbildungsplatz zu suchen allerdings wusste ich auch am anfang nicht was ich so gerne machen will deshalb habe ich am anfang ein praktikum in einem kindergarten gemacht dann dachte ich okay mit menschen zu arbeiten ist doch schwer ist doch nicht dein ding obwohl ich psychologie studiert habe aber es war relativ anstrengend besonders weil die kultur sehr anders war wie die menschen denken wie sie ticken und ich konnte das nicht alles so ganz gut verstehen und das nächste praktikum war in einer rechtskanzlei weil ich er oder also selbst in meinem deutschkurs hatte ich sehr spaß daran komplizierte sätze zu bilden und die auseinander zu flippen und das war im juristischen deutsch eigentlich ganz gut dann habe ich mich irgendwann für das technische interessiert und mich hat dann die arbeitseigentor darauf aufmerksam gemacht dass die firma siemens eine einstiegsqualifizierungsmaßnahme zusammen mit dem jobcenter macht und dann habe ich mich da beworben dann haben sie mich aufgenommen die maßnahme ging über sieben monate von 16 flüchtlingen haben sie vier aufgenommen zwei in düsseldorf und zwei in krefeld und ich war dann von denen die in düsseldorf aufgenommen worden sind und dann habe ich mit der ausbildung angefangen und das ging dann bergauf ab dem moment also ich konnte mich dann mehr und mehr und langsam um mich selber kümmern und sehr cool also wie ich immer sage es gibt immer am ende des dunklen tunnels ein licht und bei dir hat es richtig krass geleuchtet würde ich mal sagen ich wünsche dir auf jeden fall auf deinen weiteren weg ganz viel erfolg ganz viel glück und einen vielleicht auch weil du es wirklich verdient einen unbefristeten auftaltstitel und zwar abdul du hast ein bisschen jetzt davon erzählt aber was würdest du oder wie würdest du dich in fünf worten beschreiben zuverlässig langsam aber stabil hartnäckig und ich weiß nicht wie man das beschreibt aber ich hinterfrage alles könnte man sagen wissbegierig so wissbegierig ja und also ich kann es mir nicht vorstellen ohne sport zu leben also ich mache sehr regelmäßig sport also sportlich kann ich zu mir sagen dann würde ich sagen abdul was würdest du zum abdul mit zehn jahren sagen also dieser abdul der zehn jahre alt ist und abdul jetzt 26 was würdest du zu dem zehnjährigen ich tatsächlich von dir sagen wenn ich jetzt mein ich wieder sehen würde und das ist noch zehn jahre alt ist dann würde ich es dann würde ich ihm sagen lebe so wie du gelebt hast es wird schon also gib nicht auf und lass dich nicht beeinflussen ja krass schön dann komme ich zu der letzten frage und zwar erzähl mir bitte mal den besten spruch den du jemals gelesen gehört oder selber ausformuliert hast also ich habe mir so ein spruch mit 19 ausgedacht und der besagt einfach so auf deutsch übersetzt gerate nicht in die fehler von anderen und in deren verpflichtungen also man kann sehr gut und nett sein aber wenn man in einer wenn man jetzt dem also ich meine jetzt der andere mensch wenn er jetzt in irgendeiner notsituation ist oder es einfach nicht mehr schafft dann kann man sich nicht mehr darauf verlassen dass er das macht was er mal gesagt hat und dass er es nicht mehr einhalten kann also aus der perspektive habe ich das mal habe ich mir das ausgedacht ich bin wirklich sprachlos vor deinem vor deinem ehrgeiz vor deinem ja vor deinem durchhaltevermögen und wie du das alles trotz frust trotz unglück trotz ganz viel gegenwind geschafft hast dich hier in deutschland durchzuboxen und doch eine sehr gute perspektive dir selber aber auch zu verschaffen chapeau hut ab und ich würde gerne jetzt von dir mit deinen worten den podcast abschließen mit einem message an alle menschen da draußen also meine mein message wäre dass die menschen nicht so schnell sein sollen sich eine meinung über etwas zu bilden von dem sie keine ahnung haben oder noch keine ahnung also ich habe das oft hier erlebt dass menschen eine ganz schnell eine meinung haben aber keine ahnung von dem thema haben zu dem sie gerade eine meinung haben und das wundert mich eigentlich also ich kenne das nicht so also wenn man jetzt meinung meinung hat dann basiert das meistens auf ahnung und wenn man aber keine ahnung hat dann sollte man auch also meiner meinung nach keine meinung haben das wäre jetzt mein message egal zu welchem thema alles klar vielen vielen dank danke dass ich dich interviewen durfte danke dass du hier warst und ich hoffe dass ihr liebe zuhörer jetzt ein bisschen von abdul geschichte mitbekommen habt und auch eine das ist für mich ein starkes beispiel dafür einen integrierten menschen hier in deutschland in so einem hohen maß zu sehen weil ich glaube wie ich mich die ganze zeit gewundert habe wie er gesprochen hat hat habt ihr euch auch hat dir die folge gut gefallen dann hinterlasse bitte eine bewertung bei apple podcast denn dadurch wird die folge viel mehr angehört und du supportest auch diesen podcast und mich vor allen dingen ich bedanke mich bei dir von dem ganzen herzen und ich werde dir wirklich bis zu alle ewigkeiten dankbar dafür mach's gut und bis zum nächsten mal wie es das war es schon wieder mit deutsch-arabisch bis bald kann machen amir für arabi-almany ist der nun abel halat in jahe